Hallo liebes Autoverkaufsteam, ich bin Robert Schweiger. Ich weiß, ich bin 46 Jahre alt, ich weiß, mir fehlt die spezifische Ausbildung und ich weiß, mir fehlt die Verkaufserfahrung bei Autos. Aber dafür 28-jährige Verkaufs- und Vertriebserfahrung in den Bereichen Spedition und Logistikdienstleistungen, Produkte im Luxussegment wie Investmentplan Mercedes oder Olympische Sportbibliothek, sowie in Immobilien- und Firmeninvestment. Meine Leidenschaft sind Autos, sei die Klanten. Ich will Automobilfachverkäufer werden. Automobilfachverkäufer werden. Denn das ist mein absoluter Herzensbeispiel. Meine Leidenschaft sind Autos, ich würde mich sehr über ein persönliches Vorstellungsgespräch freuen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.